Am 23. Mai 1950 wurde Richard Chase in Santa Clara, Kalifornien geboren. Er wuchs in einem sehr strengen Elternhaus auf, wo er oft von seinem Vater geschlagen wurde. Während der Highschool hatte Richard einige Freundinnen, aber er hatte Schwierigkeiten, eine Beziehung zu führen, da er nicht in der Lage war, sich zu erregen oder erregt zu werden. Richard wandte sich deswegen an einen Psychologen, der ihm mitteilte, dass die Ursache seines Problems entweder unterdrückte Wut oder eine psychische Erkrankung sei. Nach dieser Diagnose suchte Richard keine weitere Hilfe oder Information. Im Erwachsenenalter, als er wieder bei seiner Mutter wohnte, wurde Richard von Hypochondrie befallen. Er beschwerte sich, dass sein Herz gelegentlich aufhört zu schlagen oder dass jemand seine Lungenarterie gestohlen hätte. Aufgrund dieser Situation verhielt er sich merkwürdig, indem er sich zum Beispiel Orangen auf den Kopf legte, weil er glaubte, dass das Vitamin C durch Streuung von seinem Gehirn aufgenommen würde. Und er glaubte, dass sich seine Schädelknochen voneinander gelöst hätten und sich bewegten, so dass er sich den Kopf rasierte, um seine Bewegungen beobachten zu können. Der endgültige Höhepunkt seiner sich verschlechternden psychischen Gesundheit kam, als er seine Mutter immer wieder beschuldigte, dass sie ihn vergiften würde, weshalb sein Vater ihn schließlich drängte, auszuziehen. Richard mietete sich eine Wohnung zusammen mit Freunden, die sich aber oft über seinen übermäßigen Konsum von Substanzen beschwerten. Im Rausch laufe er zum Beispiel unbekleidet in der Wohnung herum vor allen Leuten, so dass auch seine Mitbewohner letztendlich verlangten, dass er auszieht. Als Richard sich weigerte, auszuziehen, verließen die Mitbewohner schließlich die Wohnung und ließen Richard alleine in der Wohnung zurück. Und jetzt, da Richard die Wohnung für sich alleine hatte, begann er, Tiere zu fangen, zu erlegen und auszunehmen, um sie dann anschließend zu essen. Er vermischte die Innereien mit Limonade in einem Mixer und trank diese Zubereitung. Er glaubte, dass diese Getränke sein Herz vor dem Schrumpfen bewahrten, da er befürchtete, sein Herz würde verschwinden, wenn es zu sehr schrumpfte, und dass er dann leiden würde. Im Jahr 1975 hatte Richard versucht, sich Kaninchenblut zu injizieren und wurde deshalb zwangsweise in eine Anstalt eingewiesen, als er mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Richard erzählte dem Personal von, seinen Fantasien Kaninchen zu erlegen, und man fand ihn einmal mit blutverschmiertem Mund. Es stellte sich heraus, dass er zwei Vögel durch das Fenster seines Zimmers gefangen hatte, sie erlegte und anschließend ihr Blut trank. Nach diesem Zwischenfall gab ihm das Pflegepersonal den Spitznamen Dracula. Es gab noch einen weiteren Vorfall, bei dem Richard einige Spritzen gestohlen hatte und den Therapiehunden der Anstalt Blut entnahm. Bei Richard wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert und er unterzog sich mehreren Behandlungen mit Medikamenten. Nach der Behandlung wurde er nicht mehr als Gefahr für die Gesellschaft angesehen und wurde im Jahr 1976 wieder in die Obhut seiner Mutter entlassen. Seine Mutter war der Meinung, dass Richard seine Medikamente nicht mehr benötigte und begann ihn davon zu entwöhnen. Seine Eltern besorgten ihm auch eine neue Wohnung. Zunächst hatte er Mitbewohner, aber wie auch beim letzten Mal brachte er sie mit seinem seltsamen Verhalten dazu, wieder auszuziehen. Und als Richard wieder alleine wohnte, begann er erneut, Kaninchenhunde und Katzen zu fangen, zu erlegen und ihr Blut zu sich zu nehmen. Manchmal hatte er auch die Haustiere seiner Nachbarn erlegt, wobei er sich sogar einmal mit den Nachbarn in Verbindung gesetzt hat, um ihnen zu erklären, was er mit seinem Haustier gemacht hat. Richard entwickelte auch eine Faszination für Waffen, so dass er sich mehrere Pistolen kaufte und wie besessen mit ihnen übte. Er begann, das Interesse daran zu verlieren, sich um sich selbst zu kümmern. Und vernachlässigte seine Körperpflege, indem er sich weder badete, noch die Zähne putzte. Er hörte sogar auf zu essen und nahm bis auf ein Gewicht von 65 Kilo ab. Im Jahr 1977 ging Richard zum Haus seiner Mutter. Als diese ihm die Tür öffnete, warf er ihr eine tote Katze vor die Nase, legte sie auf den Boden, kniete sich daneben und fing an, der Katze mit seinen Händen den Bauch zu öffnen und verschmierte das Blut in seinem Gesicht, während er die Mutter anschrie. Seine Mutter machte seelenruhig die Tür zu und erzählte niemandem von diesem Vorfall. Am 3. August 1977 fand die Polizei des Bundesstaates Nevada Richards Auto in der Nähe eines Sees. Im Auto fanden sie zwei Gewehre, einen Haufen Kleidung, einen Eimer voller Blut und eine Kuhleber. Es gelang den Polizeibeamten Richard ausfindig zu machen, der unbekleidet und vom Kopf bis zu den Füßen mit Blut bedeckt war und der schreiend im Sand lag. Bei seiner Vernehmung behauptete Richard, dass es sein eigenes Blut sei, welches durch sein Körper aus ihm herausgelaufen sei. Am 29. Dezember 1977 forderte Richard sein erstes menschliches Opfer, den 51-jährigen Ingenieur und Vater von zwei Kindern, Ambrose Griffin. Dieser half gerade seiner Frau bei den Einkäufen, als er von Richard im Vorbeifahren erschossen wurde. Einer von Griffins Söhnen berichtete nach der Tat an seinen Vater, dass er einen der Nachbarn gesehen hatte, der in den vergangenen Wochen mit einem Gewehr durch die Nachbarschaft gelaufen sei. Die Polizei stellte dieses Gewehr sicher, doch die ballistische Untersuchung ergab, dass es sich nicht um die Tatwaffe handelte. Allerdings wurde das Gewehr, das Richard benutzt hatte, mit einem anderen Vorfall zwei Tage zuvor in Verbindung gebracht, wo eine Frau meldete, dass eine Kugel durch ihr Küchenfenster gedrungen war. Es wird vermutet, dass Richard aus Versehen durch das Fenster schoss und dass die Tatsache, dass er fast einen Menschen getroffen hätte, etwas in ihm weckte. Am 11. Januar 1978 hat Richard eine ortsansässige Frau namens Nancy Holden, mit der er auch auf der Highschool gewesen war, um eine Zigarette gebeten und dann so lange festgehalten, bis sie ihm die ganze Packung gab. Zwei Wochen später versuchte Richard, in die Wohnung einer anderen Frau zu gelangen, ging aber wieder weg, da sie ihre Türen abgeschlossen hatte. Richard sagte dem Beamten später, dass er verschlossene Türen als Zeichen dafür ansah, dass er in der Wohnung nicht erwünscht war, während unverschlossene Türen für ihn eine Einladung waren, hereinzukommen. Bei einem weiteren Vorfall wurde er erwischt, nachdem er in das Haus eines Ehepaares eingedrungen war. Als sie nach Hause kamen und feststellten, dass er ihre Sachen stahl, haben sie ihn verjagt und mussten dann feststellen, dass er auch auf das Bett uriniert hat. Richard setzte seine Versuche fort, in verschiedene Häuser einzudringen, bis er schließlich auf das Haus von David und Theresa Wallen stieß. Während David bei der Arbeit war, brachte Theresa, die im dritten Monat schwanger war, den Müll raus und ließ ihre Tür unverschlossen, so dass Richard sich in das Haus schlich und sie überrumpelte. Er schoss dreimal auf sie, einmal in die Hand und zweimal in den Kopf. Nachdem sie nicht mehr am Leben war, zog Richard ihren Körper ins Schlafzimmer und schändete sie, wobei er währenddessen immer wieder mit einem Messer auf den Körper stieß. Danach öffnete er den Körper, entfernte alles, legte alles in einen großen Behälter und badete darin. Er trank auch Blut, indem er einen leeren Joghurtbecher als Trinkglas benutzte. Zwei Tage nach der Tat kaufte Richard zwei Hundewelpen von seinen Nachbarn, die er anschließend auch erlegte, das Blut trank und die Tiere auf den Rasen seines Nachbarn liegen ließ. Nur vier Tage später, am 27. Januar 1978, betrat Richard die Wohnung der 38-jährigen Evelyn Mirold, die gerade auf ihren 22 Monate alten Neffen David aufpasste. Auch Evelyns sechsjähriger Sohn Jason war im Haus und ein Nachbar, Dan Meredith, der zu Besuch war. Evelyn befand sich im Bad, während Dan auf die Kinder aufpasste. Als Dan in den Flur ging, betrat Richard die Wohnung und schoss direkt auf ihn, wobei Dan sofort einen Folgen verstarb. Richard stahl Dans Brieftasche und Autoschlüssel. Der sechsjährige Jason hörte die Schüsse und rannte in das Schlafzimmer seiner Mutter, wo Richard ihm folgte und auch ihn erschoss. Als er Jason verfolgte, traf er auch den 22 Monate alten David, den er ebenfalls erschoss. Richard ging dann ins Badezimmer und erschoss auch Evelyn. Danach zehrte er ihren Körper ins Schlafzimmer, wo er ihr durch mehrere Schnitte das Blut entnahm und trank. In diesem Moment klopfte es an der Tür. Es war ein Mädchen, das sich mit Jason zum Spielen verabredet hatte und Richard wurde dadurch aufgeschreckt, sodass er in Evelyns Auto flüchtete und den Körper von David mit nach Hause nahm. Das Mädchen hatte in der Zwischenzeit einen Nachbarn auf das Auto aufmerksam gemacht, das mit hoher Geschwindigkeit aus dem Haus fuhr, woraufhin der Nachbar in das Haus einbrach und alles entdeckte und den Fall bei der Polizei meldete. Als die Behörden eintrafen, stellten sie fest, dass Richard einen perfekten Hand- und Sohlenabdruck hinterlassen hatte. Richard fuhr mit Davids Körper in seiner Wohnung fort. Er trank das Blut und hat mehrere Innereien gegessen. Dann entsorgte er den Körper in einer nahegelegenen Kirche. Das FBI wurde in die Ermittlungen einbezogen. Die Ermittler stellten ein Täterprofil zusammen und beschrieben, dass der Täter groß, unterernährt, ein Einzelgänger und körperlich ungepflegt war und dass er die Art von Täter war, der nicht aufhören konnte oder wollte, bis er gefasst wird. Fünf Tage später hat Nancy Holden, die Frau mit der Zigarettenschachtel, das Profil des FBI erhalten und den Täter sofort als Richard wiedererkannt. Sie meldete sich beim FBI und nannte den Namen Richard Chase. Eine Gruppe von Beamten ging zu Richards Wohnung und bat darum, mit ihm zu sprechen. Als Richard sich weigerte, warteten die Beamten im Flur, bis er seine Wohnung verlassen hatte. Als er schließlich seine Wohnung mit einer blutbefleckten Kiste und einem Parka sowie mit blutbefleckten Schuhen verließ, wurde er verhaftet. Bei der Durchsuchung der Wohnung fand man zerfetzte und blutverschmierte Tapeten und die Waffe, die er benutzt hatte. Nach der Verhaftung fanden die Ermittler überall in der Wohnung Blut, an den Wänden, an der Decke, im Kühlschrank und auf allen Koch-, Ess- und Trinkutensilien und sie fanden seinen Mixer, den er für die Getränke benutzte. Sie öffneten den Kühlschrank, in dem in Frischhaltefolie eingewickelte Körperteile, verschiedene Tierkörperteile und mehrere Innereien aufbewahrt wurden. Auf der Küchentheke lag eine Sammlung von Haustierhalsbändern und auf dem Küchentisch hatte er verschiedene Diagramme über die verschiedenen Aspekte der menschlichen Biologie ausgelegt. Richard wurde 1979 wegen sechs Fällen von Mord vor Gericht gestellt. Seine Verteidigung versuchte die Anklage, auf Mord zweiten Grades herabzusetzen, um die Todesstrafe zu vermeiden und stattdessen eine lebenslange Haftstrafe zu halten. Sie beriefen sich auf die psychische Vorgeschichte, die Zeige, dass sein geistiger Zustand es ihm erschwert habe, ein Verbrechen zu planen, so dass die Taten nicht vorsätzlich begangen wurden. Am 8. Mai 1979 wurde Richard des sechsfachen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Seine Verteidigung bat bei der Urteilsverkündung um Nachsicht, woraufhin der Richter feststellte, dass Richard nicht unzurechnungsfähig war, der sich die Geschehnisse um ihn herum voll bewusst war und wusste, was richtig und falsch ist. Er wurde zum Tode durch die Gaskammer verurteilt. Während Richard im Gefängnis war, erfuhren die anderen Insassen von seinen Verbrechen und wie grausam die Taten waren, so, dass sie begannen, ihn zu fürchten. Nach Angaben des Gefängnispersonals versuchten mehrere Insassen, Richard zu überreden, sich selbst etwas anzutun, da sie zu viel Angst hatten, ihn selbst etwas anzutun. Richards geistige Gesundheit schien sich während seiner Haft nicht zu verbessern, denn er sprach immer noch von seinen Wahnvorstellungen und über die UFOs. Einem der Agenten, die in einer Reihe von Interviews ein Profil erstellten, sagte er, dass die Verbrechen nicht seine Schuld gewesen seien, sondern dass er gezwungen gewesen sei, sich selbst zu schützen, weil er glaubte, dass jeder andere Mensch das Gleiche getan hätte. Er bat um Zugang zu einer Radaranlage, damit er die UFOs aufspüren und sie für die Verbrechen vor Gericht stellen könne. Zum Abschluss des Gesprächs übergab er dem Agenten eine große Menge Makaroni und Käse aus seiner Hosentasche und sagte, dass die Gefängnisbeamten versuchten, ihn zu vergiften, da sie mit den UFOs unter einer Decke steckten. Am 26. Dezember 1980 wurde Richard in seiner Zelle aufgefunden. Bei einer Zellenkontrolle fand ein Wärter ihn auf seinem Bett liegend und nicht ansprechbar. Die Autopsie ergab, dass Richard mit einer Überdosierung von Beruhigungsmittel, die ihm der Gefängnisarzt verschrieben hatte, sein Leben beendet hatte. Er hatte die Tabletten wochenlang gesammelt und für die letzte Tat aufgehoben.